Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Ja, das G steht heute für Global, denn ich bin nicht zu Hause, ich bin im Urlaub und habe aber trotzdem die Kamera und die M10 dabei und ein cooles neues Video für dich vorbereitet. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Ja, wir schauen uns heute die M10 mit 75 Pfund an, so wie sie ausgeliefert wurde. Letztes Mal waren es ja nur 35 Pfund und heute geben wir mal richtig Vollgas. Und es gibt noch eine kleine Überraschung für die Tactical Dudes unter euch. Ja, wenn dich das interessiert, dann würde ich mal sagen, bleib dran und film ab. M10 mit 75 Pfund, so wie es original ausgeliefert wird, mit den Pfeilen, so wie es original ausgeliefert wird. Und ich würde sagen, wir geben einfach mal eine Runde Gas hier auf 10 Meter. Okay, das war der erste. Und Runde Nummer 2. Es geht weiter. Ja, was mache ich denn? So, also für Kim und Korn bin ich hier echt sehr zufrieden. Man muss dazu sagen, ich habe hier das Ghost Side drauf, also das Ringvisier und nicht die normale Kimme. Ich zeige euch mal gerade, wie das aussieht. So sieht das aus. So, und wir haben noch ein drittes und das gönnen wir uns mal. So, und wir haben noch ein drittes und drittes und drittes und drittes. Einen haben wir noch. Oh, der war schlecht, aber im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. So, hier ist das Ergebnis. Also, ich wollte eigentlich immer jede Scheibe zweimal treffen. Manchmal habe ich das gemacht, manchmal auch nicht. So, wirklich, wirklich daneben gegangen ist eigentlich der hier. Also, eins, zwei und drei. Ja, das ist doch mal ein ganz guter Wert, oder? Und das ist, wie gesagt, erst der Anfang. Wie, das ist erst der Anfang? Was soll das denn jetzt heißen? Naja, das ist ja wirklich die zweite richtige Runde jetzt erst mit der neuen M10. Muss dann natürlich noch ein bisschen warm werden. Aber ich muss tatsächlich sagen, bis jetzt bin ich einfach absolut zufrieden. Ich habe das jetzt nur Kim und Korn geschossen und bin sehr, sehr präzise damit. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich da meinen Red Dot drauf setze, meinen Holosun. Jetzt benutzen wir mal ein bisschen Spezialausrüstung. Denn ich bin hier heute bei einem Kumpel, der auch leidenschaftlicher Airsoft ist und deswegen sehr viel Ausrüstung hat. So, auch einen Plattenträger mit Platz für drei Magazinen. Und, ja, wo er recht hat, hat er recht. Das Ding ziehe ich jetzt mal an. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert mit den Wechselmagazinen und einem Plattenträger in Kombination. So, an der Stelle der Hinweis, das hier ist, wie gesagt, Airsoft-Zeug. Das ist nichts Echtes. Ja, und jetzt füllen wir einfach mal die Magazine ein. So, einfach, zack, rein. Ja, passt. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal eine Runde zwei und diesmal halt mit diesem taktischen Equipment. So. Oh. Das hat sich böse angehört. Da habe ich eine übersprungen. So. So. Und die dritte Runde. Ja, was ist das? Falsch rum, klar. Die Dinger passen nur in eine Richtung rein. Macht ja auch Sinn, weil man will natürlich nicht die Spitze an der Sehne liegen haben. Da hat es Dimo natürlich mal wieder mitgedacht. Damit sowas nicht passiert, wie das, was mir gerade fast passiert wäre. So langsam geht mir die Puste aus und ich werde unkonzentriert. Ja, ich werde unkonzentriert. Aber ich glaube, das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen. Wir gucken es uns an. Hier haben wir eindeutig einen, eindeutig einen echt miesen Robin Hood. Schade natürlich. Klar, so ist das. Ja, aber ansonsten ist das doch echt eine geile Sache. Hier nur mit Kimme und Korn auf die Schnelle. Ihr habt es gesehen, ich war echt schnell. Und es ist natürlich auch ungewöhnt, das Ganze mit einem Plattenträger zu machen. Weil dann habe ich einfach nicht mehr da den Anlegepunkt, wo ich ihn eigentlich habe. Weil da der Schulterriemen im Weg ist. Muss ich mich natürlich noch rantasten. Aber ich brauche natürlich auch keinen Plattenträger. Ja, das war jetzt mal nur für die Optik. Und um euch zu zeigen, wie schnell man nachladen kann. Den Robin Hooded Pfeil kann man natürlich jetzt nicht mehr schießen. Ich habe zum Glück noch den hier gefunden. Der ist zwar nicht mehr ganz so frisch, aber ist auch ein blauer Steambo-Pfeil. Wiegt also gleich. Kann natürlich sein, dass der ein bisschen verbogen ist. Ja, ist er auf jeden Fall. Aber ich hoffe, wir treffen damit trotzdem die Scheibe. Sollte passen. Also einen Ausreißer werden wir mindestens haben. Ich würde sagen, wir machen noch eine schnelle Runde. Und ich zeige euch mal gerade, wie ich nachlade. Also ich mache das so, ich nehme 10 Pfeile in die rechte Hand. Nehme das Magazin in die linke Hand. Und jetzt setze ich hier die Spitze rein. Drücke die runter und halte das hier so. Jetzt kommt der zweite Pfeil. Kommt da drauf. Der dritte. Und so. Ich drücke hier immer mit dem Daumen mit runter. Also mit beiden Daumen. So. Lass diesen Daumen drauf. Und mit so. Drücke das dann so beidseitig runter. Rein. Runter. Wenn die Pfeile unterschiedlich lang sind, weil ich sie so genommen habe, dann schlage ich mir einmal gerade mit der Handfläche auf die Wampe. Dann sind sie alle wieder beisammen und gleich lang. So. Zack. 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 Das Magazin haben wir voll. Mit der Spitze nach unten. Und wir machen das nächste voll. wieder eine Handvoll Pfeile. Einmal gleich lang machen. Und jetzt wieder rein drücken. So. 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 Ja. Also. Es ist wirklich eine einfache Sache. Ich muss sagen, mit den Speedloadern habe ich mich anfangs wesentlich, wesentlich schwerer getan. Das hier ist einfach super selbsterklärend. Selbsterklärend. Und man kann sich hier tatsächlich auch nicht wie bei den Speedloadern vertun. Das machen wir jetzt nämlich mal absichtlich. Ich mache jetzt die Spitze dahin, wo die Veins hinkommen und die Veins da, wo die Spitze hinkommt. Ja, und da sehen wir direkt, das passt nicht, ne? Weil die Aussparung für die Spitze kleiner ist als die Veins. Perfekt. Da hat man mitgedacht an die Leute, die einfach keine Anleitung lesen, sondern einfach machen. Und ja, das geht halt nur richtig. Falsch kann man es hier nicht machen. So, die Magazine sind voll, aber eine ganz wichtige Sache fehlt. Und zwar der Mac-Patch. Ganz wichtig. Und wenn du den auch haben willst, dann solltest du jetzt Kanalmitglied werden. Denn ab Stufe 2 bekommt man diesen 3D-Rubber-Patch. Und der ist wirklich sehr hochwertig. Das ist keine China-Produktion. Der ist wirklich top. Und ab Stufe 3 schaltest du sogar noch mehr coole Vorteile frei. Genug gelabert. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, nächstes Magazin. Und wir machen von links nach rechts, von oben nach unten. Und los. Oh, das habe ich gemacht. Ja, also es ist echt sehr ungewohnt mit so einem Plattenträger. Ja, das werde ich abseits von diesem Video wahrscheinlich auch nie wieder machen. Ist halt einfach jetzt nur für den Style. Oho, den habe ich komplett versemmelt. War das vielleicht unser verbogener Pfeil? Das kann gut sein, weil der ist wirklich sehr unnatürlich versemmelt. Das passiert mir eigentlich nicht, dass es so grottig ist. Oder das war er. Und das dritte und letzte Magazin. Der war schlecht. Da bin ich nach unten genickt. Und warum auch immer, habe ich hier eine Zielscheibe übersprungen. Wir gehen nochmal auf die davor. So, und jetzt den zweiten auf die in der Mitte. Habt ihr den Funken gesehen? So, und der letzte. So, und ich würde sagen, das waren jetzt 90 Schuss in allerkürzester Zeit. Ich bin wirklich sehr zufrieden, aber wir müssen uns dieses Ergebnis auf jeden Fall noch einmal in nahe angucken. Ich nehme euch mal mit. So, 10 Meter Kimme Korn. Das ist der kaputte. Yo, das sieht man. Der hat übelst viele Spuren dran und auch diesen leichten Knick von eben. Ja, das ist er, wie ich mir gedacht habe. Das ist auch wirklich eine sehr unnatürliche Abweichung gewesen. Der Chestrick bzw. der Plattenträger ist echt nicht meins. Ich überlege mir da was anderes. Ich bin sehr zufrieden. Schreib mal in die Kommentare, wie du das siehst. Aber ich würde sagen, für 10 Meter Kimme Korn schnell geschossen ist das wirklich eine sehr, sehr solide Sache. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du weiteren M10-Content nicht verpassen willst, dann solltest du jetzt auf jeden Fall auf Abonnieren klicken und auch die Glocke aktivieren, damit du die kommenden Videos nicht verpasst. Ja, und ansonsten bleibt mir auch nichts anderes übrig, als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken und dir noch ein schönes Restwochenende zu wünschen. Und wir sehen uns dann nächste Woche, hoffe ich doch, hier bei Mac. Modern Archery German. Das ist aber 90 Schuss. Das ist ja wirklich totaler Blödsinn. Was ist das denn? Machen wir doch kurz noch die 100 voll, oder? Ja, machen wir. So, schnell das letzte Magazin. Und das jetzt einfach nur auf schnell, nicht auf Präzision. Ich muss eh streuen, weil sonst mache ich die anderen Pfeile kaputt. Ja, was sagt man dazu? Geile Nummer. Ich würde sagen, das war es für heute und ciao.